hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute habe ich gedacht ich nehme euch mal mit wenn ich den lias umziehe er hat mal wieder dieses outfit an diesen tollen jogging anzug lieblingssocken dazu und jetzt habe ich gedacht ich ziehe ihn aber jetzt mal und dann nehme ich euch mit viel spaß dabei los geht's mal aus hier sieht so toll aus der body findet ihr das nicht auch einfach zu putzig so genau dann wollte ich mal genau und zwar ich finde es mal echt cool wenn ihr mir alle in die kommunale schreibt wo ihr ungefähr herkommt also ich komme aus dem süden von bern-württemberg genau vielleicht kommt ihr jemand aus meiner nähe wenn ihr mir alle mal kurz kommentar hinterlasst wo ihr herkommt ungefähr genau das wird mich riesig freuen ich glaube das ziehen wir heute auch aus weil das ist langwärmlich und ziehen kurz an ich im body an wo er mich ganz toll es ist weg es ist dass ich mich stört tierisch dass sich immer sein arm verdreht stehe ich nicht kennt der man das von euch dass das nicht mehr dahin gehört wo es hingehört und dann sieht der immer ein bisschen komisch aus genau wenn ich den arm so hinlegt passt das nicht mehr so mache ich nur frisch wieder hin dann bekommt ihr diesen body an ich sag euch der ist so weich durch das waschen jetzt voll cool den habe ich mal dankt ihr wo mich verfolgen wissen den habe ich aus london mitgenommen wie hießen der laden wartet mal müssen wir gleich mal auf den zettel gucken der ist eigentlich an der seite der ist ja eigentlich echt auch richtig cool bis auf dass der hier so steht das finde ich auch nicht so cool wie ist der hier die müssen wir nachher machen woher bringt das ja nicht viel wir bekommen sehen wir diesen coolen tom taylor pulli an von von 10 von der ist toll, vor allem ich liebe das mit dem Binnchen, der ist so schön weich, der sieht immer aufwendig recht dick aus, aber der ist gar nicht so dick, muss man sagen, Fingerchen, das haben alle, was ich auch immer für ein Problem habe, die Nähte sind falsch, dann geht das nicht zum zurechtzupfen, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon bei Pia gesagt, so, so, genau Sogis, seht ihr gar nicht, ne? Jetzt seht ihr Sogis, diese Süßen gibt es heute, einfach eine schlichte graue Hose, die von Impidimpin Größe 62,68, ich glaube, die sind eingegangen, die sind die tief, aber nicht schön, die passen uns perfekt. Ah ja, was mich auch interessieren würde, habt ihr Lieblingsbausätze, also irgendein Traumbausatz, ich habe überlegt, ich ziehe ihm halt mal meine Mütze an, aber, ja, das mache ich auch, aber ich käm die Haare kurz. Ups, Entschuldigung. Aber ich glaube, ich nehme die nur blaue, oder? Ich nehme meine Lieblingsmütze. Ich wollte mir eigentlich mal wieder so eine holen, ich habe nicht wieder so eine gefunden. So, jetzt sind wir fertig, jetzt ist er angezogen, mein Mann. So, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und bis zum nächsten Mal.